ja hallo youtube hier wieder zu grow gaming mit mir kai und mein bruder manu ja richtig fifa ist wir am start schon wieder part 40 ja wir haben tatsächlich schon jetzt und du hast jetzt dein 40. spiel ja und ein fieberdiktim ist das ist jetzt so ja ja ich hab den fahrneben gerade verloren ich hab übrigens eine taktik und systemänderung also komplett neues spiel die können mir gar nicht mehr fahrneben das hast du nicht so gedacht was? gleich mit dem ersten angriff hier ist 1 zu 0 das wär zu einfach mein gott nimm doch mal den ball ab ist das so schwer oder so hier ist schon wieder los in einer 4. minuten wächtet er sich zum ersten mal auf ja das war so lächerlich gerade nee es ist so lächerlich war nicht lächerlich es ist wirklich nicht ja ähm 4-2-3-1 oder wie war das? oh gott das gefällt mir schon ein bisschen besser I love you ja das sind zwei 4-3-4 viel schlechter jetzt sind die besser ja also 4, 2, 3, 1 offensiv oh Alter so ein schul was fand das? ich würde mich in gorgel so was legt mich schon auf das fällt mir gar nicht auf was legt noch aufgericht ist ne ne ich dachte so redest du immer Wenn man FIFA spielt, ist das halt normal. Ist halt nicht wie durchgelaufen, ey. Mein Gott, lauf doch durch, du Lappen! Wie hab ich auch nicht, ey. Macht sich wie er beliebt bei seinem Trainer, in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, so ein Mentor. Oh, Leute! Ja. Das läuft nicht. Galatasaray hat er, ähm, hat er, hat er... Galatasaray hat er getrickt und so. Mhm. Naja. Hätte ich jetzt nicht genommen. Sag ich mal so. Oh. Ich hab ein paar Yards gewonnen. Hahahaha. Ja, siehste. Immerhin was. Kann sich nicht versperren. Oh, sie kann sich nicht durchsetzen. Wie nennt er sich eigentlich? Ich schirrt mich, du Scheiß. Hahahaha. Irgendwas mit, äh, Ski, Mamadi, oder sowas. Irgendwie so ähnlich. Mein Gott, die kommt immer noch nicht durch. Mein Gott, die kommt immer noch nicht durch. Mann, was soll denn das? Bist du bescheuert? Die Pässe sind echt sehr präzise bei dir, ey. Leute. Oh, komm. Oh mein Gott, ey. Alter Leute. Der hat dein Tor vorbereitet. Das ist oben, aber. Ich bin so schlecht gerade. Nach wie vor. Aber ich.. Mir geht nicht. fällt die Formation schon viel besser, um ehrlich zu sein. Du, das ist einfach ein bisschen mal ehrlich. Ja, heute. Ich hab heute mal, achten wir hier zweimal den Trick, den er nicht kennt. Ja, Tschech hat die Alten. Am 22. Februar 2014. Ja, ist der Tag der Ehrlichkeit. Um, um 0 Uhr, was haben wir es? 0 Uhr 40 oder sowas? Also der, der Tag ist noch jung. Mann, was soll denn das? Das ist so lächerlich! Hm, ich find's eigentlich ganz gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Turk Telekom. So blöder Spiel. Wir hätten dir das jetzt geschafft. Komm, mach weiter, was soll denn das, du Wichser? Das ist ne Arschloch. Das ist ne Arschloch. Mann, oh Mann, ey. Kann doch wirklich sein. Was denn? Ey, komm, was war denn da jetzt? Das war so ein brutales Foul, ja. Ah, naja. Hm. Ach komm, ey. So eine Scheiße. Das war ja mal sowas von billig, ey. Ey, Klose. War aber abgefälscht, war nicht. Ja, abgefälscht, war doch. Ja, abgefälscht, war doch. Ja, abgefälscht, war ja. Ja, warum? Ja, nein, ja. das ist auch so ein riesen Fail hier beim Spiel dass sie immer dahin spielen, die im Abseits stehen Hä? Wo ist denn der Rechtsverteidiger? Was steht denn da hinten rum? Ist der bescheuert oder was? Oha, der Trainer ist unzufrieden Na, was soll denn das? Das steht ja dahinten Nur deshalb war ich zu durch Oh Gott, ey, na, was soll denn das? Da muss man mitlaufen da hinten Ist doch total bescheuert Das läuft überhaupt nicht hier, ich verstehe das nicht Frickelschelter ist unentschieden Mein Gott, ey! Der hat nur Glück, es läuft bei mir absolut nicht, auch mit der neuen Formation nicht Ja, weil, weil das, ähm, weil du jetzt die Saison hast, wo du halt nicht so locker gewinnen darfst, sag ich jetzt mal Ey, die laufen immer zu falsch, die Pässe kommen immer zu scheiße Das war ja, das war ja bei meiner Saison auch so gewesen Äh, in der Vorsaison Da, da durfte ich einfach nicht gewinnen Was hat hier schon wieder gemacht, Mann? Da war doch gar nichts! Oh, Leute, ich bin so bescheuert, ey! Komm! Oh, ich komm nicht durch, ey! Oh, ich komm nicht durch, ey! Oh! Ah! Was?! Schon wieder ein Phowaels?! Nein, absolut! Oh, Mann, wie doof ist das Spiel eigentlich, ey! Ganz ehrlich! Das ist.. Nyaaa Übrigens der nächste Fail. Im Prinzip könnte ich hier nur Fehler aufzählen hier beim Spiel. Das ist auch so oft Man erobert den Ball aber es wird abseits die Pfiffen weil der Gegner halt dem abseits war Wenn man den Ball hat, dann braucht man da nicht abseits pfeifen. So ist das Schwachsinn. Also es ist noch so viel zu machen hier beim Spiel. Ich hoffe mal dass sie bei Fifa 15 das ändern oder jedenfalls ein paar Sachen zumindest. Wer hat der Kürtel da stehen ey, ist nicht verarschend. Mann ey, zum Kotzen das Spiel! Sehr schön! Mann, oh Mann, der hat nur Glück ey, der ist scheiße der Typ! Das läuft bei mir überhaupt nicht, Mann ey, komm! Weißt du, das glückt immer von dem Wichser! Ich kenne das! Geht doch mal! Hast du aber eben fast gedacht, der geht dann vorbei, wa? Beim Nachschuss! Mann, oh Mann, der hat sich auch! Das ist ja typisch hier! Der ist scheiße! Das sah nämlich im Genschen komisch aus ey, der Nachschuss hier! Als ob der noch gegen Pfosten geht oder so! Ja, es ist heute scheiße, wenn du die Saison hast, wo du verlieren sollst. Ja, guck dich dem Pass an, allein das ist schon wieder 5. Mord ist dafür, für die scheiße, die hier wieder passiert. Und das jetzt auch wieder! Das ist, das ist, ähm, ja, wenn du die Saison hast, wo, wo, wo du es schwer haben sollst. Wo du nicht so einfach gewinnen sollst. Was? Ja, das ist ja auch Ding, ich spiele dein Absatz zu sein. Wie bescheuert ist das Spiel eigentlich? Er hat Klose nicht mal den Ball berührt, also war es im Prinzip noch gar kein Absatz. Richtig. Okay, mal das hier wieder. Na ja, Klose ist nicht der Schnellste. Scheiße! Das hast dich so irgendwo gedacht, ja? Was schon wieder Absatz? Oh, ey! Kann ich dein Ernst sein hier? Scheiße! 's. Scheiße, ey. Oh Gott, ey. Du musst dich echt ganz schön einballern, was? Oha. Ja, tschechert wir mal, ey. Warum auch nicht? Ja, tschechert. Tschechert. So schlecht. Ach, komm, Mann, ey. Leute. Hm. Ich fände sie uns. 3-2 für, äh... Na, wie nennt er sie eigentlich? Ja, Mann, ey, komm, die laufen alle, Mann, ey. Ey, du Wichser, komm, drück doch weiter. Du bist so ein Arschloch, Alter. Was soll denn das immer? Missiewurt. Missiewurt. Oh, nee. Mann, warum läuft das jetzt bei mir so scheiße? Ich komm hier gar nicht klar, grad, ey. Meine Mannschaft, die laufen einfach nicht. Ich hab keine Anspielstation, gar nichts zum Kotzen. Nein, was soll denn das grad? Ha. Du greif doch weiter an, ey. Ja, die stehen echt nur um deine Spieler, ey. Leute. Oh, komm, ey. Och, komm, ey. Was zum Teufel? Ach, das spielt so scheiße. Mann, ey, so'n Scheiße, ey. Mann, ey, so'n Scheiße, ey. Mann, ey, so'n Scheiße, ey. Dass der hier drei Tode geschossen hat, ist ein Witz, ey. Mann, oh, Mann, ich hab' schon wieder verloren. Ah, das sieht ja nicht so ernst, geil. Ach, komm, ey, was soll denn das hier immerzu? So. Ähm, das war's mit Part 40. Und, ja, ich sag' einfach mal, bis zum nächsten Mal. Mann. Mann. Mann.